Herzlich willkommen bei Kybermed. Entdecken Sie unsere Innovationen im Bereich der Medizintechnik und profitieren auch Sie von unseren hochwertigen Produkten. Das Andromeda-R-Gerät zur UVC-Luftdesinfektion tötet sämtliche Viren und Bakterien mittels ultraviolettem Licht. Dieses Gerät ist sehr leicht und handlich und kann an zwei Wandhaken befestigt werden. Für Sie bedeutet das minimaler Aufwand für maximale Hygienekonzepte. Dank über 26 Jahren Erfahrung mit den unterschiedlichsten Uroflow-Metern und Uro-Dynamik-Systemen sind wir heute Ihr idealer Ansprechpartner. Egal ob Sie Hilfe, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial, ein neues MMT-Uro-Dynamik-System oder ein Uroflow-Meter mit Funkverbindung zum PC und Lithium-Batterie für jahrelangen Betrieb ohne Aufladen benötigen, wir beraten Sie gerne ausführlich zu unseren Produkten. Kybermed. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.